Herzlich willkommen beim MB-CAD Videotutorial. In diesem Video zeige ich Ihnen das automatische Skalieren in der Version 2014. Ich habe rechts die Version 2013 geöffnet und bin im Skizzenbearbeiten-Modus und links die Version 2014. Nun möchte ich ein Element bemaßen. Ich setze das erste Maß in der Version 2013. Ich möchte jetzt hier mit 60 mm vermaßen und sehe jetzt, dass es hier meine Geometrie komplett verändert. Jetzt gehe ich rüber in die Version 2014 und probiere es hier aus und setze hier auch den Wert 60 ab. Und wir sehen, dass eigentlich nichts passiert. Doch im Hintergrund werden alle Elemente im Skizzenprofil automatisch im Maßstab basierend auf das erste Maß angepasst. Dies hilft Ihnen, die Proportionen eines Skizzenprofils beizubehalten. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.